hallo und herzlich willkommen zu klaus grillt feines grillen barbecue ja wir haben neue mitarbeiter der ist eckert den zeige ich gleich mal viel spaß dabei ich habe natürlich kein mitarbeiter der eckert heißt sondern eckert ist der name von dieser außenküche die sie für uns steht und wenn sie viele fragen und sagen eckert du hast doch sonst burnout außenküche ja ist richtig eckert ist eine etwas abgespeckte version der burnout außenküche also im prinzip dieselben materialien dasselbe know how nur bis nach spekt und zu einem besseren einstiegspreis weil gerade so ein kollege wie ich der faktisch schon grill dastehen hat so jetzt hier den riegel 94 die noch ein bisschen gepimpt haben der dann irgendwie alleine dasteht den baust du mal nicht so irgendwie in der außenküche ein da müsstest du auseinanderreißen und irgendwie total doof weil du brauchst einen separaten bild in grill ja das manchmal zu hause schwer zu erklären warum denn jetzt hier irgendwie du hast doch gerade und baue da mal um total ätzend und haben sie uns von börner gedacht okay wir machen dann einfach eine flexible lösung die wir modular dazu stellen können und genau das hier erfolgt also hast du hier die große module so weit wie der hier und du hast auf der anderen seite die kleinen module wird sie praktisch hier und die starten bei 599 mit rolle und runter kannst du so wie ich es habe wird es noch ein bisschen mehr kannst noch zum beispiel die variante als einbau kühlschrank also da wird es pro preis noch ein bisschen mehr wir können euch selber aussuchen so über den daumen kann ich sagen also wir haben großen grill der koste 1699 hat man mal so drin und mit war du an grill aussiebst kannst du noch mal praktisch in derselben größe pro meter preis hast du dann als außenküche kleiner vergleich die außenküche die guten habe liegt bei globo ungefähr 18.000 euro jetzt kannst du hier rechnen stellst fest bis die ganze 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 ecke drunter sind aber dieselben platten hier oben drauf also praktisch dieselbe technik und das coole bei den platten ist so wie die jetzt aussehen sehen die auch in zehn jahren noch aus wenn wir mal runter filmen da unten da steht die in der burn-out außenküche die mit dem kamalo joe drin die steht jetzt schon knapp zwei jahre würde ich sagen eineinhalb jahre steht die und die steht da wie am ersten tag das ist eine kunststoff polymerplatte und da stellt er bitte keine heißen sachen drauf sondern da immer ein brett unterstellen beim schneiden ganz genauso so wie ihr bei mutter auf dem küchentisch auch machen würdet und das ist im prinzip das worauf es ankommt weil wer kennt das nicht du brauchst draußen dir was schönes auf und denkst ja super wie schön habe ich das machst noch das foto und irgendwie nach einem jahr ist das ding total verranzt das kenne ich selber wenn man ein paar außen dieren verlegt hat da freut man sich immer durch die schönen fotos von früher ist mit den dingen halt nicht die sind wirklich tipptopp edelstahl ich zeige euch mal ein paar details so sachen wie hier zum beispiel da denkt man im ersten moment das ist ein scharnier würde ich auch denken ist prinzipiell auch richtig aber das ganze scharnier ist aus edelstahl und heißt das ist ewig und drei tage wetterdicht und das sind auch nicht irgendwelche scharniere das sind hättig scharniere und das hat eine weile gedauert bis die technik tatsächlich da war das hätte ich die auch in edelstahl für den außenbereich zertifiziert hat und die sind hier drin also wie bei der großen außenküche ist alles hier mit eingebaut und ich habe mich dafür entschlossen die ganze sache auf rolle zu machen weil wenn man sich hier so sieht wie das jetzt hier steht ist das alles sehr sehr schön also finde ich jedenfalls aber ich bin jemand ja ich habe nicht immer viel platz jeder in der anderen fände ist und die schwindelte aus dass er nicht gut an ich habe wirklich mal nicht hier ist nämlich so eine stelle pass auf und zwar siehst du hier geht meine treppe runter in jatten und da steht jetzt ja die irgendwie so und die halb der frohre kommst hoch und jetzt stellen wir also mit dem regen wie macht man ja so ruhig hier also wenn man den weg steht du hast schon zu dir rennst du mal gegen das hat sind habe ich denn auf rolli laufen da kann ich direkt wegnehmen kannst du hinten in der ecke fahren stört mich hier nicht mehr und hab's da da wenn ich habe ich brauche also auch wenn du terrasse hast mit nicht viel platz wo du sagst ich habe ja keinen platz führer aus der küche ist die lösung hat sich ein bisschen erwerbefilm an war tatsächlich sagen ich bin begeistert macht es wirklich macht immer wirklich spaß weil ich hier oben immer muss den grill hatte und dann irgendwie angefangen habe auch den tisch hinzuschleppen oder irgendwelche geschichten und jetzt habe ich die möglichkeit hoch zu grillen videos zu drehen oder mit meinen freunden hier zu grillen und dann finde ich sehr sehr cool und das hat halt nicht gleich ein bausprach gekostet um das thema umzubauen ich brauchte keinen neuen grill sondern konnte das nehmen was ich direkt da habe und habe das angepasst und bin ich nicht irgendwie an die brauchen mehr platz dann stelle ich mir einfach doch hier in der leben auch das ist eine variante die man machen kann oder wenn ich sage ich brauche ich jetzt nicht hier sondern ich brauche nicht da unten oder braucht es in meiner grillhütte oder braucht es vorne vorm haus wir wollen ölwechsel machen quatsch dafür natürlich nicht aber ich brauche ein bisschen ablagefläche kann ich das ding nehmen wegrollen und bin glücklich von daher wäre mein tipp immer mit rolle nehmen außer du bist die ganze hier dass es ewig da bleibt aber ich bin großer freund und rolle zu machen ist einfach irgendwie praktischer hier gestellt wird das ding zu 100 prozent made in germany also wirklich von hier für hier und dafür preislich hoch okay aufbau wird komplett die in einem karton zwei kartons liefert also nicht jeder sondern zwei kartons insel platten diese die beschläge und die die edelstahlrohre mit dabei und erreicht tatsächlich ein kreuzschraubendreher mehr brauchst du nicht die platten haben jede besonderheit die zeige euch mal und vor allem siehst du die schrauben hier da denkt man jetzt habe ich sie überdreht jetzt habe ich sie überdreht um gottes willen jetzt ist die ganze seite ich muss irgendwas machen nie das ist bei dem überhaupt nicht so sondern die platte die ist innen holen da sind diese diese warten drin und die ziehen sich nach vorne so als kleiner bild der hinter der schraube sitzt und der dreht sich nachher mit die schraube ist trotzdem fest also dreh so ruhig bis es sich überdreht das ist da kein fehler sondern feature also bei der sparen platte wird jetzt fangen wir wieder von vorne an und irgendwie kapp reklamationsfall bei den platten überhaupt nicht da ist es tatsächlich so ihr wollt dass er die schraube immer überdreht kann ich direkt bei burn out bestellen oder wunderlich an die band grill händler also ganz viele grill händler die schon burn out kitchen im programm haben die können euch die dinger bestellen ansonsten findet da auf der website ich blende euch die mailloten ein findet da auch die varianten wo die gibt da sind doch preislisten drauf da findet da alles also irgendwie kommt man an so ein ding schon ran wenn wir jetzt bei apple werden würde man sagen ein one more thing und eins haben wir tatsächlich noch so zwei ding hier das ist immer mit dabei so ein flaschenöffner und die aufbauanleitung wenn ihr euch so zu lenkt guckt euch mal die aufbauanleitung an da ist nämlich genau erklärt an welcher stelle man das ding braucht ein sixer träger wir haben 20 minuten braucht für den aufbau laut aufbauanleitung soll man in der zeit noch sechs flaschen bier lernen können aber ich sagen klingt total plausibel kriegt man hin ja wenn ihr spaß hat in diesem video würde mich für einen daumen nach oben freuen den ehen oder anderen wohlwollenden kommentar oder ein abo und ja wenn ihr so eine außenküche doof findet dann guckt euch keine außenküche wenn ihr außenküche lieber selber baut also richtig mit einem drum und dran dann baut die guckt aber dass also materialien nimmt die auch in drei vier und fünf jahren noch gut aussehen das ist ein bisschen schwierig aber ihr kriegt es vielleicht sehr hin manchmal tut es und rost und bevor ich darunter eiltes grillen wird hier so können ich freue mich sehr drüber und freue mich auf ein paar nächste videos nur müssen auch nicht fleisch überziehen werden und kriegen auf jeden fall hin und bis zum nächsten mal klaus grillt feines grillen war ich jung macht's gut